Fünf Autostunden weiter südlich hat sich auch ein Franzose mit Biogas unabhängig gemacht. Er ist Inspektor für ein größeres Waldgebiet im Departement VAR in Südfrankreich. Sein Haus ragt hoch über das Kalkgebirge zwischen der Côte d'Azur und den Provençalischen Alpen. Jean-Pin, der Tüftler aus Ville-Crosse, muss wieder einmal tanken. Das Gas, das er hier komprimiert, stammt aber nicht aus Mist, sondern aus Holz. Die Idee dazu kam dem wachen Waldhüter, als er vor Jahren einmal Gestrüpp kompostierte, um damit seinen Garten zu düngen. Unterholz, so stellte er fest, gibt es in der Provence genug. Und es ist obendrein gefährlich, weil es das Feuer weiterträgt, wenn es irgendwo brennt. Und wenn dann noch der Mistral weht, kommt es zur Katastrophe. Dieser Sturmwind treibt dann das Feuer durch die ausgedörrten Wälder und in wenigen Stunden können hunderte von Hektar Wald vernichtet sein. Dort aber, wo Jean-Pin seit Jahren das Unterholz ausräumt, läuft sich das Feuer tot, geht unter den Bäumen hindurch und kann sie nicht mehr so leicht entzünden. Wertvolle Sonnenenergie, im Holz der Bäume gespeichert, kann also nicht mehr so schnell verloren gehen. Und so hat Jean-Pin es sich zur Aufgabe gemacht, seine Erfahrungen mit Holzkompost anzuwenden, um Energie aus dem Unterholz zu gewinnen. Mit seinem Team säubert er systematisch den Wald. Dabei achtet er darauf, dass er dem Wald immer nur so viel Gestrüpp entnimmt, dass die Fruchtbarkeit des Waldbodens nicht beeinträchtigt wird. Um das Holz zerkleinern zu können, hat Jean-Pin selbst einen Häcksler gebaut. Der Häcksler wird von einem Traktor angetrieben. Ein Schwungrad mit Stahlmessern zerkleinert Äste und Zweige fast jeder Dicke und Größe. Die Holzschnitzel werden zunächst in einem Vorratsbehälter gespeichert. Die Holzschnitzel werden noch einmal von den Stahlmessern zerfetzt. Sie werden dabei so fein, dass man sie nun kompostieren kann. Jean-Pin scheint mit dem Ergebnis zufrieden. Auch mit der Arbeit seines Teams kann er zufrieden sein. Es hat in nur fünf Tagen von einem Hektar Wald 40 Tonnen Gestrüpp abgesägt, gehäckselt und abtransportiert. Das hat etwa 500 Liter Treibstoff gekostet. Ein Einsatz, der sich für Jean-Pin lohnt. Normalerweise würde das abgeschnittene Gestrüpp im Wald liegen bleiben und verrotten. Jean-Pin jedoch will mehr daraus machen. Energie und Kompost. Die 40 Tonnen Schnitzelholz, die hier so allmählich zusammenkommen, lassen sich in der Provence alle acht Jahre von einem Hektar wieder ernten. Verbrennt man es, dann kann man damit etwa 10.000 Liter Heizöl ersetzen. Doch Jean-Pin will noch mehr. Er gießt erst einmal eine Menge Wasser darauf und lässt dann die Natur für sich arbeiten, nämlich Milliarden emsiger Bakterien. Seine Methode hat auch einige Belgier überzeugt. Bei ihnen konnten wir alle einzelnen Schritte von Anfang an filmen. Hier bestimmt Jean-Pin gerade den Grundriss eines neuen Holzschnitzelhaufens. Es sind zwar viele Vorbereitungen nötig, aber sie lohnen sich. Denn der Tüftler aus Wielkroos hat herausgefunden, dass sich mithilfe der Bakterien viel mehr Energie aus dem Holz herausholen lässt, als wenn man es verbrennt. Über dem großen Kreis entsteht Schicht für Schicht der Biomeiler. Je sorgfältiger das Material gestampft wird, desto besser können die Bakterien es mithilfe des Luftsauerstoffs zersetzen. In der Mitte des Haufens wird der Gärraum untergebracht. Er wird mit Kompost gefüllt, der schon einige Monate alt, also teilweise schon verrottet ist. Um den Gärraum herum wird ein Kunststoffrohr in Form einer Spirale verlegt. Der Gärraum ist luftdicht verschlossen. Der Kompost kann also nun gären und, wie im steinerschen System, Biogas erzeugen. Das lange Kunststoffrohr dient als Wasserleitung. Sie soll dem Holzmeiler die entstehende Wärme entziehen. Die Leitung wird Windung für Windung in die Holzschnitzel eingebettet und festgestampft. Der Anfang der Wasserleitung. Von hier aus wird kaltes Wasser hineingepumpt, das sich im Meiler erwärmen soll. Einige hundert Meter Kunststoffleitung verschwinden so allmählich im Holzhaufen. Ebenso der Gärbehälter. Er wird bald von der Verrottungswärme aufgeheizt werden, von der Wärme also, die die Bakterien beim Abbau des Holzes freisetzen. Die Gasleitung wird angeschlossen. Es dauert jetzt nur noch ein paar Tage, bis der Biomeiler anfängt, Energie zu produzieren. Dann erzeugen Bakterien im Kern des Meilers brennbares Gas und im äußeren Ring Wärme. In die Provence zurückgekehrt können wir nun einen fertigen Biomeiler bewundern. Der 80 Kubikmeter umfassende Haufen birgt 40 Tonnen Häckselgut und 20 Tonnen Wasser. Er produziert inzwischen Gas und Wärme. Die Temperatur im Innern steigt auf über 60 Grad. Egal ob die Sonne scheint oder Regen fällt. Der Meiler würde auch in Sibirien noch funktionieren. Heißes Wasser konnte aus solchen Meilern hier schon 18 Monate lang herausgeholt werden. Dadurch hat Jean Pain 4000 Liter Heizöl eingespart. Außerdem erzeugt der Gärraum in dieser Zeit auch noch Biogas. Und zwar in einer Menge, die etwa 5000 Liter Heizöl ersetzen kann. Verständlich, dass Jean Pain und seine Frau Ida einigermaßen stolz sind auf ihr System zur Nutzung der Sonnenenergie. Dank der Wärme aus dem Holzkompost habe ich hier nun warmes Wasser. Es ist 60 Grad warm und ich werde es nun mit dem Gas aus dem Holzmeiler zum Kochen bringen, um uns einen Tee zu machen. Ich werde es nun mit dem Holzmeiler zum Kochen bringen, um einen Tee zu machen. Ich werde es nun mit dem Holzmeiler zum Kochen bringen, um einen Tee zu machen. Vielen Dank. Es sind schon außergewöhnliche Möglichkeiten, die der Kompost aus dem Gestrüpp des Waldes uns bietet. Dieser wertvolle Rohstoff, den es in riesigen Mengen auf unserem Planeten gibt. Ein Rohstoff, der auf dem Lande einmal die Energie für warmes Wasser liefern wird, aber auch für die Heizung von Häusern. Außerdem kann man noch Gas daraus gewinnen, Methangas in beträchtlichen Mengen, und dieses Gas in Strom verwandeln. Nach dieser ungewöhnlichen Erzeugung von Energie kann man dann schließlich auch noch die Rückstände als Dünger nutzen. Es ist der beste, den es gibt. Ich meine, man sollte sich einmal klar machen, dass das Buschwerk im Wald den bedeutendsten Teil der Biomasse auf unserem Planeten ausmacht. Und das ist von dem 80 Kubikmeter großen Meiler übrig geblieben. Würde man diese Rückstände verbrennen, dann könnten sie noch einmal etwa 3000 Liter Heizöl ersetzen. Aus dem Unterholz von einem Hektar lässt sich also über den Biomeiler insgesamt fast ein Fünftel mehr Energie gewinnen, als wenn man es verbrennt. Aber diese Rückstände sind zum Verbrennen viel zu schade, denn sie liefern einen wertvollen Pflanzendünger. Warum der an Stickstoff so arme Holzkompost Gemüse so gut düngen kann, das ist eine Frage, die inzwischen auch belgische Wissenschaftler beschäftigt. Diese belgischen Kartoffeln haben nie Mineraldünger, sondern einzig und allein Holzkompost bekommen. Sollten also stickstoffsammelnde Bakterien in dem Holzkompost leben, die zusammen mit anderen Mikroben den Pflanzen die nötigen Nährsalze liefern? Selbst in der regenarmen Provence ermöglicht der Holzkompost noch gute Ernten ohne zusätzliche Bewässerung. Genügen also Luft, Holzkompost und Morgentau, um die Pflanzen hier voll zu ernähren? Bisher sind das noch offene Fragen. Auch Jean-Pin kann sie nicht beantworten. Er und seine Mitarbeiter besitzen kein Labor und sie sind keine Wissenschaftler. Der Tüftler von Ville-Croos, Träger des französischen Ordens Ritter der Landwirtschaft, hat gezeigt, was man mit Gestrüpp alles machen kann. Der Abfall unserer Wälder kann Energie in den verschiedensten Formen und wertvollen Pflanzendünger liefern. Und besonders in den trockeneren Klimazonen unserer Erde werden die Wälder dabei auch noch besser vor verheerenden Bränden geschützt. Ida und Jean-Pin in Frankreich und die Steiners in der Schweiz haben Ergebnisse erzielt, mit denen viele Menschen etwas anfangen können. Es geht dabei nicht nur darum, Gas aus Gestrüpp und Mist für den eigenen Haushalt zu gewinnen. Es geht letztlich darum, mehr Nahrung und erneuerungsfähige Energie aus unserer Umwelt zu holen, ohne sie zu zerstören. Untertitelung des ZDF für funk, 2017